Warum immer diese neutralen Sachen und heute gab es wieder einen Luftangriff mit 50 Toten und abstrakte Zahlen. Das ist alles abstrakt, abstrakt, abstrakt. Dieser Mensch, dieser Mann, das ist konkret. Der sagt, ich will endlich wieder richtig kacken können, Mann. Mein Leben ist gefickt, auf gut Deutsch. Das ist konkret.